ja hallo willkommen zurück zum let's play 7 days to die da ist das spiel mal eben abgeschmiert wir sind wieder da so ich befinde mich noch immer noch im hotel ich versuche irgendwie man weg zu finden nach oben oder so also die karte die man erkundet hat die zeigte auch nicht mehr an ist verdammt ich hab kann ich mir noch mal eine steinachs waren meine favoriten das sind meine hallo okay das spiel ist noch ein bisschen buggy ich kann keine steinachs bauen weil mir steine fehlen wahrscheinlich ja es war mir so klar muss ich die hat muss ich halt die tür so zertrümmern ja aber geht schon ich glaube im haus wird schwierig steine zu finden aber gut muss man dann halt muss man halt gucken so ja mit der blanken faust haue ich aufs holz suche ich zu hause auch mal um die tür einzuschlagen so so treppenhaus habe ich schon mal frei das ist schon mal super okay erstmal die ganzen schränke durchsuchen was war denn hier glas honig habe ich gefunden was war hier ein schraubenschlüssel den immer mit das der bärfreund da war der war auf der suche nach dem honig ja bestimmt da ist nichts wenn du hast du ab sofort einen neuen besten freund ja der bär balu der bär ist mein bester freund mein bester freund die kackwurst wird bis zu einem meter groß der bär ist was ist das denn hier okay okay es dauert zu lange mist ich muss irgendwie ich muss steine holen ich muss unbedingt steine holen sonst kann ich mir keine links kräften ja aufzuschreien so gibt es hier steine 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 liegen gesteine rum krieg hier durch steine ist das auto wenn ich mit der bloßen faust auf den steinhau kriegt er durch steine wahrscheinlich nicht ne ich sehe land doch ein stein ihr ja das ist ein bisschen schon so durchleuner wenn du da drauf rum haust geht schon rucksack ich komme rucksack ich komme warte mal kann ich jetzt kann ich jetzt ah ich kann eine steinaxt herstellen ja sehr schön ah elders movies ja gott sei dank erstmal stein mitnehmen die beschreibung von der menschlichen scheiße ist halt auch mal genial ja natürlich ey wir hatten das verfasst ich weiß es nicht keine ahnung i don't know oh jetzt ein bisschen eisen nehme ich noch ein bisschen eisen mit oh bauplan verbandskasten habe ich gefunden oh cool läuft wusste ich gar nicht bis man da auch noch dafür irgendwie brauchen muss ja normaler für für normalen verband glaube ich nicht aber für Verbandskasten glaube ich schon ja ganz schlecht stein kann stein kann man stein kann man ja immer gut gebrauchen deswegen nehme ich immer stein mit so jetzt will ich nochmal ins hotel nochmal rein ich hätte mir die treppe da gemacht sag mal wo ist denn das auto oben auf dem dach oder wie da ist mein rucksack holz kann man auch gut gebrauchen ich seh ihn ich seh meinen rucksack alter was ist denn hier los die feiern immer noch ne demo hier am hotel leeres weißes coupé super ähm nein warte ich komme ich bin hinter dir ich bin hier ja es ist ja schön aber mein auto ist weg wo meine sachen drin sind die dreck schweine haben mir mein dings kaputt gemacht meine rahmen ey du bist ja nackt du bist nackt ja ey irgendwo muss ich auf der straße ein weißes auto stehen ey du bist nackt verdammt ich suche mein auto oder das hätte jemand jetzt schon leer geräumt Mist mal gucken vielleicht gibt es da hinten noch irgendwas interessantes oder so sag mal wann machst du denn für luftsprünge wo seid ihr denn du bist ja zwei meter hoch in der luft ey seid ihr wieder in der stadt oder was ich suche ich suche mein auto achso also das auto wo du meine sachen hingepackt hast das ist ein weißes auto ist das ähm ja ja mir steht auch ein weißes auto bei edit movies ja aber das ist leer warte ich schau mal eben wo das war ich schau mal eben ob ich das finde ich hab Schmerzmittel gefunden das müsste ja theoretischerweise eigentlich in die Richtung sein oder warte mal wo bist denn du gerade warte mal da ist mein da ist mein da ist mein bett ich muss mal in meine Richtung vom bett gehen da müssen alter was ist das denn hier ach hier ist ein tümpel ist hier boah wie viele zombies in der stadt rumlaufen das ist abnormal ich will doch nur meine sachen wieder haben ich geh noch mal ich geh noch mal zu dem auto warte mal ich geh noch mal zu dem auto wo das war was war in der nähe von meinem bett da bist du ne bist du nicht der punk wer ist denn der punker hier in dem hallo äh du hast ein alter wie das aussieht das sieht so falsch aus mit dem oberteil mit dem ober mit dem oberteil sieht das so falsch aus das sieht so falsch aus wie aussieht aus ob du brüste hast hallo du homo hetero so warte mal müssen wir mal gucken wo das ding ist warte mal da in die Richtung ist mein bett da müsste hier auch das auto dann sein ich glaube hier bin ich weißt du wenn ich das anziehen würde würde ich das ja ist das ja okay weil ich ja eh ne frau spiele und hier dann müsstest du es haben und ich könnte es dir auf den Boden schmeißen nee lass mal an wir kommen in deinem Gegend lass mal an steht dir das ist jetzt schon rum ok ja so und wer läuft da hinten hier 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 wo seid ihr denn bleib stehen hinter euch hinter euch ja irgendwo hier irgendwo hier irgendwo hier war das auto hä wo ist denn das auto hin alter das war doch hier auf der straße hast du oder war das ich habe die markierung die ich gesetzt habe die war hier bei allen movies hier das weiße auto aber das ist leer warte mal wo bist du denn wo seid ihr denn von wo ihr gekommen seid von wo ihr gekommen seid ne das ne das das auto das stand hier mitten auf der straße das auto ja so ist meine ganzen sachen weg nein hä wieso spawnen wieso despawnen in die autos alter wie viel zombies pass auf höh ist ein hund äh wir sollten vielleicht irgendwie irgendwo mal weg wir sollten vielleicht mal weg hier aus der stadt ihr seid ja alle nackt wie einer fasst mich von euch an ich hab ja auch gar nichts mehr wie einer wie einer der scheiß hund hat der hüfte durch ja wie einer wie einer wie einer fasst mich an da ist auch was los du bist da Hilfe 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 Ah fuck Ah fuck Benji ja ich werd hier grad gejagt äh da hinten ist grad ein airdrop guck mal da ist ein airdrop uh Oh der Hund äh ich bin nein ich bin grad oh nein oh nein scheiße fuck nein was höh ich ich äh oh Gott oh Gott Hilfe Hilfe Ich ertrink Hilfe Ich bin grad im tümpel tümpel gefallen da ist der zurm Pass auf der Hund äh ich geh einfach mal jetzt hier hoch und äh Hallo Hund lass mich ah geh weg lass das ah ihr seid da oben ne ja genau geht da mal in Sicherheit weil dann komm ich da mal eben hoch weil da war ich auch nein ich bin gelähmt oh fuck genau da bin ich da bin ich rüber gesprungen und dann hab ich dann hier so ein bisschen hier in die Ecke hier in der Ecke Sicherheit gehabt weil hier springt keiner hin eigentlich oh da drüben ist noch so ein Aktenschrank boah alter zieht euch mal was an das sieht ja verboten aus nein und ich spring auch noch daneben ich bin so hohl äh ich bring ich bring ich bring ich bring euren freund mit ne im übrigen ey hau ab ja schönen Dank auch ey komm der Hund direkt zu mir so warte mal vor allem ich hab ja auch irgendwie so viel ne nämlich gar nix wir müssen echt raus aus der Stadt ganz ehrlich das ist echt zu viel hier warte mal seid ihr jetzt alle hier dann lasst uns mal lasst uns mal in Richtung Osten jetzt gehen oder so na dann? wenn alle hier sind so lassen wir alle hier in die Richtung gehen Richtung Osten weil dann kommen wir ein bisschen ins Grüne da ist zwar rechts ein Zombie aber egal da können wir ein bisschen hier was sammeln da kommst du nachher glaube ich ans Wasser ja ist halt nicht so schlimm man kann auch ein bisschen hier sammeln bisschen Holz sammeln und so naja Stein oder sowas gar nix alles nur mit dem blöden Auto ja komisch das ist despawnt das ist echt merkwürdig sag mal her hab ich irgendwie die ganzen steine stream schon die ganze Zeit steine rum hier ist nochmal ein Stein boah das ist ein das ist ein Spuckzombie wo sind Steine wo sind Steine pass auf das ist ein Spuckzombie ja ich sie es gerade uah ich guck grad nach Steine mal eben hatte ob ich hier welche finde hier ist ein Stein bei mir hier 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 ist noch ein Felsen ja mit der Steinachs kannst du den Felsen abbauen ansonsten ja na 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 hier vorliegen ich meine ich haben Steine genau also das brauche ich noch Pflanzenfasern klickklick 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 Verserve. Mein Inventar ist schon wieder voll. Steinachst. Fertige. Alter, wie die alle auf den Stein am rumprügeln. Ihr habt Besuch, ne? Im Übrigen. Alter, geh weg, du. Alter. Die Biene hat mich gestochen. Ich muss weg hier. Nein. Ich muss auch weg. Ich gehe ins Wasser. Wir werden den siebten Tag sowas von nicht überleben. Ich sehe es jetzt schon kommen. Wir werden den vierten Tag noch nicht mal überleben. Pass auf, hier sind solche Erinnerungen. Na, nimm die Stein bitte. Ja, hinter uns. Ne, und davor uns. Alter, diese Kack-Biene. Da ist auch einer. Warum sind das hier so viele? Wir müssen mal irgendwie so ein gemütliches Plätzchen finden, wo wir anfangen können zu bauen. Ich habe einen Hitschlag, aber ich bin im Wasser. Ja, ist klar. Yeah, geil. Oh, 107 Grad. Ja, 115 habe ich gerade Fahrenheit. Kühle ich mich eigentlich im Wasser jetzt ab, oder wie ist das? Ja, doch. Ich kümmere mich jetzt ab gerade. Ja. So ein bisschen Wasser stehe. Ne, wird mir noch höher. 112. Ne, du musst tiefer gehen. Das ist ungefähr, wo ich bin. 111. Also ich gehe mal bis zum Heizen im Wasser. Ah, jetzt, 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 ah, jetzt ist es. Jetzt, ja, jetzt. Wie sie alle am Planschen sind. Wie das aussieht. Warte mal, ich wollte doch was, was, was anziehen. Oh, du, äh, ihr habt da hinten, du brauchst, jetzt brauchst du nichts mehr anziehen, du bist im Wasser. Hast doch nur eine Badehose an. Nein. Bei mir stürzt dauernd ein Twitch ab, das ist nicht gut. Jetzt seh, jetzt, jetzt seh ich aber schick aus. Ah. Wie das aussieht, wie er aus dem Wasser gefahren kommt. Alter. Äh, der Spucker ist immer noch da. Ja, ich seh das. Ich muss schon wieder ins Wasser, ich bin schon wieder überhitzt, ich glaub, sein Mensch. Sag mal, das gibt's doch nicht. Was denn? Hä, wieso ist gestorben schon wieder? Ich weiß es nicht. Da war kein Zombie und kein gar nichts. Und ich bin auch nicht getaucht, also. Okay. Keine Ahnung. Da kam einfach, du bist gelähmt und du leidest an irgendeine Infektion und, keine Ahnung, tot. Ja, super. Was? Ich find schon, also irgendwie... Alter, wie viele Zombies hier sind. Ey, ich, ich musste in dem Mantel ausziehen. Obwohl ich im Wasser bin, ich überhitze noch mehr. Ich, ich geh einfach mal den, den Strand hier einfach mal entlang, ne, also. Falls ich mich suche, einfach den Strand entlang. Weil es sind so viele Zombies. Ja, irgendwo über euch ist es wahrscheinlich schon eine Biene. Oder wie das aussieht. Einfach den Wasser, einfach den Wasserstrand teilen lang. Ich weiß es ja nicht, wo jetzt genau es geht. Den Wasserstrand wird von Deutsch schon wieder. Oh, ich hab Durst. Du, der Gita Fravour ist, die hat ein Hündchen, die pickelt dir ins München. So, jetzt Müll. Mach ich mal rein schon. Da ist nichts drin. Das haben wir schon nur Zombies hier bei mir. Scheiße, ey. Aber hier wär ein idealer Platz, um ein Haus zu bauen. Bin ich ganz ehrlich. Ne, kannst du vergessen. Ey, die ganzen Zombies! Lass sie bloß da. Bring die nicht mit. Na. Hä? Aber hier wär geil. Was halt? Vor allem der Spuckzombie, ey. Der trifft mich die ganze Zeit. Ja, das ist schnell.